Ein kurhalter Bind-Dämon ist zweifelslos auf der Unhold Adu, denn seine älteste Schreibung bedeutet leere Sturm und Wetter. Adu ist ein gesichtsloses und körperloses Gespenst, das den Menschen wie ein Fangnetz wiederwirft oder ihn wie ein Gewand umhüllt. Sei es doch der böse Adu, der wie eine Mauer einstürzt und so für den Menschen in Erden bringt. Sei es doch der böse Adu, der den Mund, Hand und Fuß befindet. Sei es doch der böse Adu, der keinen Mund hat. Sei es doch der böse Adu, der keine Gestalt und Wetter hat. Sei es doch der böse Adu, der kein Gesicht hat. Sei es doch der böse Adu, der selbst in der Sonne nicht gesehen wird. Sei es doch der böse Adu, der auf dem Nachtlager den Menschen im Schlaf erdrückt. Weißt du, der böse Adu, der auftritt, um den Menschen wegzuführen? Weißt du, der böse Adu, der auftritt, um den Menschen wegzuführen? Sei es doch der böse Adu, der umschweichende Gotten mit schmutzigen Händen? Sei es doch der böse Adu, der den Opfergaden nicht kennt. Sei es doch der böse Adu, der wie ein Nachtvoland in Rückorten fliegt. Sei es doch der böse Adu, der die Menschen, die mit einem Funknetz niederwirft. Sei es doch der böse Adu, der die Menschen, die mit einem Funknetz niederwirft. Wie die Nacht nicht gesehen werden kann. Wie die Nacht?! Andre, dass wir scoldern Sie? Ich glaube, ihr habt... Vielen Dank.